Und das Ganze muss natürlich auch ein bisschen passen hier. Wenn ihr macht ein bisschen Lärm, hier bin ich Stefan jetzt! Jawohl! Ja, der Jörg ist auf die Gäste raus! Ja, der Jörg ist auf die Gäste raus! Ja! Ja! Das machen wir uns nochmal aufprobieren! Wir haben alles gut! Wir sind gerade dabei! Wir sind jetzt noch mal mit dem Oberfluss. Wir sind jetzt noch mal mit dem Oberfluss. Wir sind jetzt noch mal vorbereitet, dass wir uns dann nicht kontrollieren können. Ja, Robert, ganz kurz! Entschuldigung, das ist jetzt auch kein Thema! Ja, guck mal! Ja, der Jörg ist toll! Ja! Ja, ich bin jetzt noch mal bei mir.